Hallo Jürgen, alles Gute zum 88. Geburtstag. Ich wünsche dir viel Gesundheit und alles Glück dieser Welt. Ja, liebe YouTube-Zuschauer, wie ihr seht, ist dieses Video dem 88. Geburtstag meines Vaters gewidmet. Aber es geht heute um den Quintenzirkel. Mein Vater spielt nämlich sehr, sehr gerne Orgel. Und dort spielt er eben nach Noten, was ich unendlich bewundere, weil mir das irgendwie total abgeht. Aber so mit dem Improvisieren, da möchte er noch ein bisschen dran arbeiten. Und ich dachte, ich helfe ihm heute ein bisschen mit diesem Video. Ich habe ihm auch so einen Quintenzirkel geschickt. Und hier habe ich dann also auch nochmal den Quintenzirkel hier auf dem Bildschirm. Und das Spannende beim Improvisieren, insbesondere mit der Blues-Tonleiter, ist, dass man hier mit dem Quintenzirkel eigentlich alles ablesen kann, was man braucht. So, bei den Noten, die du, Jürgen, ja oft dann vorliegen hast, steht ja meistens die Tonart da. Das heißt, du weißt also, welche Tonart das ist. Und damit arbeiten wir dann also auch. Also, ich gebe hier mal so ein bisschen so eine kleine Orientierung. Also hier außen stehen die ganzen Dur-Tonarten, also C-Dur, G-Dur, D-Dur, A-Dur und so weiter. Und hier innen sind die parallelen Moll-Tonarten, A-Moll, E-Moll, B-Moll, aber nee, das ist H-Moll, glaube ich. Und Fis-Moll, Cis-Moll und so weiter, Gis-Moll und so fort. So, jedenfalls, du kannst also quasi immer ablesen, wie das Ganze funktionieren wird, wenn du hier außen schaust und selbst wenn du eben dann quasi diese parallele Tonart in Moll hast. So, die Blues-Tonleiter besteht ja insgesamt aus sechs Tönen und die ersten fünf Töne beziehst du immer direkt hier auf dem Quintenzirkel aus der Tonart, die du abgelesen hast. Ich mache es jetzt nur mal am Beispiel von C, aber du kannst im Grunde genommen über den ganzen Quintenzirkel da rumwandern und es wird immer funktionieren. So, die ersten fünf Töne, also die Pentatonik, kann man hier direkt ablesen. Das ist also in diesem Fall der erste Ton, wenn C-Dur ist, ist C, dann ist G, D, A und E. So, das sind, diese fünf Töne sind die Pentatonik für C-Dur. So, und natürlich eben auch für A-Moll dann. So, jetzt ist die Blues-Tonleiter ja eine Hexatonik, also hat sechs Töne und dieser sechste Ton ist normalerweise die Unterscheidung zwischen Dur und Moll. Also, im Grunde genommen wird es aus der Moll-Tonleiter von C-Dur gezogen. So, und die Moll-Tonleiter von C-Dur ist eben C-Moll. Und dann kann man schauen, ah, okay, dieser eine Ton ist dann S. Also, das heißt, wenn du diese fünf Töne nimmst, C, G, D, A und E und dann noch den sechsten Ton dazu nimmst, was dann also quasi sich aus dem Moll herleitet, ist dann S. So, so einfach ist das. Wir können das aber auch mit jeder anderen Sache machen. Nehmen wir mal an, es ist E-Dur. Dann würden wir sagen, okay, dazu gehört E, das ist der erste Ton, H ist der zweite Ton, dann Fis ist der dritte Ton, Des ist der vierte Ton und Ass ist der fünfte Ton. So, und jetzt haben wir ja gesagt E und dann ist E-Moll ist G, also gehört auch noch G dazu. Das ist dann also die Blues-Node. Also, so einfach funktioniert das im Grunde genommen und du kannst das eigentlich immer wunderbar ablesen. So, wenn dir der Quintenzirkel oder die Pentatonik oder Hexatonik trotzdem noch zu viel ist, hast du immer noch eine Möglichkeit, die immer funktioniert beim Improvisieren. Du schaust dir nämlich die Akkorde an, die du gerade spielst. Deine Noten beinhalten ja diese Akkorde. Und du kannst immer auch mit der rechten Hand Noten aus diesen Akkorden spielen, beziehungsweise aus dem darauf folgenden Akkord. Ja, es kann dann zu einer leichten Dissonanz kommen, wenn du einen Akkord spielst und spielst aber dann schon die Noten von dem nächsten Akkord mit der Hand, aber das löst sich ja quasi auf, wenn du dann quasi wechselst von dem einen Akkord zum nächsten. Also insofern kann man das auch machen. Aber ich persönlich mag halt diese Blues-Tonleiter, die Hexatonik, sehr viel mehr, weil sie ist halt, da muss man nicht so viel denken. Ja, man holt sich einfach die Noten und kann sie spielen. Und das verändert sich nicht nur, weil man einen anderen Akkord spielt. Also insofern, das würde ich dir empfehlen beim Improvisieren. Aber wie gesagt, es ist super einfach, hier aus diesem Quintenzirkel abzulesen, welche Noten deine jeweilige Blues-Tonleiter enthält und kann es dann einfach direkt loslegen. So, das war es wieder für heute. Ich wünsche dir noch einen richtig schönen Geburtstag. Wir telefonieren ja ohnehin noch. Und für die YouTube-Zuschauer, ich hoffe, ihr konntet dabei auch ein bisschen was für euch mitnehmen. Ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.